Alf von Bockholzhof heißt dieses Verkaufswert. Alf ist ein Wallach, der jetzt sechs Jahre alt wird, ein Sohn des bekannten Alku von Heesberg aus der Zuchtwand Daniel Schulz. Alf ist ein riesengroßer Fünfgänger, aufgrund seines Alters noch nicht im Pass geritten, sondern nur in den vier Grundgängen. Er ist ressortmäßig schon sehr gut ausgebildet und super brav und unkompliziert im Gelände vom Temperament, eher ruhig bis sehr ruhig und er hat auch wenig Angst vor äußeren Einflüssen. Also ein total cooles Pferd, der sich einen etwas geübteren Reiter wünscht, da er wie gesagt noch sehr jung ist und auch noch nicht ganz so gefestigt. Aber er macht seine Sache schon sehr gut, also man sieht es beim Putzen steht er still, man kann einfach aufsteigen und losreiten. Seine Gänge sind sehr weich und bequem zu sitzen und eher langsam vom Tempo. Alf ist ein schönes Pferd für die Freizeit und auch für Reiter, die ihr Pferd gerne noch selber weiter ausbilden möchten, hat er aufgrund seiner Abstammung sicherlich die Möglichkeit auch noch im Sport interessant zu werden. Alf ist bei seinem Stockmauß von beinahe 1,50 m ein großes langbeiniges Pferd, im modernen Typ stehend, deutsch gezogen, bei uns auf dem Bockholzhof geboren, hier aufgewachsen und eingeritten worden. Wenn ihr Interesse an dem schönen Alf habt, dann könnt ihr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Die Daten dazu findet ihr gleich rechts oben im Video. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit Alf vom Bockholzhof. . ARG Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020